Ich habe den Tod ermordet! Mit dieser schrecklichen Technik kann man jeden Menschen von der Sterblichkeit befreien. Das Problem war das hier. Wenn es zu lange tot ist, dann vergisst du es nicht ganz. Du schimpfst über meine Sprache, aber sie ist deine. Du schreibst sie, wenn du alleine bist. Und dieser Ort hier, du schreibst über ihn, wenn du alleine bist. Ein Selbstgespräch. Aber auch ich bin dein Selbstgespräch. Ich handle davon, was du dir unter einem Menschen vorstellst. Ich bin dein verzerrtes Selbstbild. Und hier, abgeschieden von allen, hast du dir dieses Selbstbild ausgedacht. Hier, wo die klaren Gedanken kommen und Sätze werden. Der Erklärungen zu Gut und Böse verlangt, er ist böse. Wer Erklärungen zu Schön und Hässlich verlangt, der ist hässlich. Wer wissen will, was Mensch ist und was nicht, der ist ein Monster. Ein Kind hast du ermordet! Ein wehrloses Kind! Ein Wehrloses Kind! Das ist ein Wunsch, der ist ein Hecht.